Sondern wir machen das so, dass wir halt angemessen über das Unangemessene reden können. Das kriegen wir hin, Gerd, macht dir keine Sorgen. Das können wir schon so. Ich habe ja ein bisschen Übung, habe ich ja Gott sei Dank schon. Bekommt man da irgendwann Übung im Umgang damit? Übung nicht, Übung ist nicht das richtige Wort. Es ist eher ein bisschen, ja, man ist, man stumpft in gewissen Dingen ab. Sonntag, 13. Oktober 2024. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. In einem Gastbeitrag für die FAZ hat Shem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, für eine Wende in der Migrationspolitik plädiert. Seine Forderung begründet er unter anderem damit, dass seine Tochter, Zitat, sexueller Belästigung durch junge Männer mit Migrationshintergrund ausgesetzt gewesen sei. Am 1. Oktober erschien bei uns auf der Achse des Guten ein offener Brief an Shem Özdemir, verfasst von Michael Kürat, dessen 17-jährige Tochter von einem mehrfach vorbestraften Messerstecher ermordet wurde. Dieser Brief hat hohe Wellen geschlagen und eine enorme Resonanz ausgelöst. Und deshalb werde ich heute mit Michael Kürat über seinen Brief sprechen. Bevor wir jedoch mit dem Gespräch beginnen, hören wir uns zunächst einmal den offenen Brief an. Sehr geehrter Herr Özdemir, jeder Mensch ist das Produkt seines Umfelds. Die Erfahrungen der Jahre lehren uns, unsere Sichtweisen durch Ereignisse zu hinterfragen. Es sieht aus, als hätten Sie, Herr Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, diese Erfahrung soeben gemacht. In einem Gastbeitrag für die FAZ fordern sie plötzlich eine energische Wende in der Migrationspolitik. Offenbar ist an dem Satz, mit dem Alter kommt die Weisheit, doch etwas dran. Vor kurzem wären solche Forderungen in ihren Augen noch rechtsradikal und damit indiskutabel gewesen. Doch kaum trifft es sie selbst, nachdem ihre Tochter belästigt wurde, dreht sich ihre Meinung um volle 180 Grad. Willkommen in der realen Welt, der normalen Bürger, Herr Minister. Was berechtigt mich, Ihnen solche Zeilen zu schreiben? Mein Name ist Michael Kürat. Ich bin der Vater der am 25. Januar 2023 in Brockstedt ermordeten 17-jährigen Anne-Marie. Neben meiner Tochter verstarb an diesem Tag auch ihr erst 19-jähriger Freund Danny, nachdem ein abgewiesener, mehrfach vorbestrafter, staatenloser Palästinenser in einem Nahverkehrszug 38 Mal auf die beiden eingestochen hatte. Im Gegensatz zu ihrer Tochter, lieber Herr Özdemir, kommt unsere Tochter nicht mehr nach Hause. Es hat sich auch keiner ihrer Parteifreunde in unserem Fall derart exponiert, wie sie es jetzt für ihre Tochter tun. Im Gegenteil. Man hat uns wissen lassen, wir sollten darauf achten, dass der Mord an unserer Tochter nicht von Rechtsradikalen missbraucht wird. Von einem ihrer Koalitionspartner bekamen wir die Nachricht, es tue ihm leid, dass diese Leute ums Leben gekommen sind. Diese Leute waren unsere Kinder, Anne-Marie und Danny, Teenager von 17 und 19 Jahren, die auf dem Weg von der Schule nach Hause waren. Zwei junge Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Können Sie es sich vorstellen, was so eine Tat mit den Hinterbliebenen macht? Mit uns als Eltern? Mit den Großeltern, Mitschülern, Lehrern, Freunden, Nachbarn? Wir werden niemals den Schulabschluss unserer Kinder mitfeiern. Wir werden ihnen niemals zu einer bestandenen Berufsausbildung oder Studium gratulieren. Wir werden nicht an ihren Hochzeiten teilnehmen. Und wir werden auch niemals eigene Enkelkinder willkommen heißen. Wir werden unsere Kinder nie wieder in den Arm nehmen dürfen und ihnen sagen, dass wir sie lieben. Bei mir haben sich über 300 Elternpaare gemeldet, die in den letzten fünf Jahren ihre Kinder verloren haben. Was uns alle eint, sind fünf Eckpunkte. Erstens, immer das gleiche Täterprofil. Zweitens, immer das gleiche Tatwerkzeug. Drittens, immer die gleichen Tatmotive. Viertens, immer der nahezu gleiche Tathergang. Und fünftens, immer die gleichen Floskeln der verantwortlichen Politiker nach einer solchen Tat. Wir durften uns nach den Morden an unseren Kindern anhören, dass es bedauerliche Einzelfälle wären. Und man ja nie hundertprozentige Sicherheit garantieren könne. Und dass man nicht verallgemeinern und damit den Rechtsradikalen in die Hände spielen darf. Und dass man versuchen werde, mit aller Härte gegen solche Täter vorzugehen. Mehr ist in den letzten Jahren nicht passiert. Es hatten nur rund 300 Eltern den Mut, sich an mich zu wenden und mir von diesem dunklen Kapitel ihres Lebens zu berichten. Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die den Mut nicht hatten? Wir alle waren nur Einzelfälle. Unbedeutend. Unbequem. Unangenehm. Über 300 ermordete Kinder und kein Aufschrei der verantwortlichen Politiker. Auch nicht von ihnen, Herr Özdemir. Und jetzt melden sie sich zu Wort. Jetzt betrifft es sie plötzlich persönlich, weil es um ihre Tochter geht. Wäre ihnen diese Erkenntnis früher gekommen und hätten sie etwas unternommen, könnten viele unserer Kinder noch leben. Mögen sie eine solche Erfahrung niemals machen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Michael Kürat, Elmshorn. Das sind die Worte von Michael Kürat. Und mit ihm habe ich ein sehr intensives Gespräch geführt. Und das Gespräch hören Sie nun. Am 1. Oktober ist ein offener Brief bei uns auf der Akte des Guten erschienen. Und was soll ich sagen, der Brief hat eine immense Reaktion ausgelöst. Unglaublich viele Menschen waren zutiefst berührt von deinen Worten. Und ganz ehrlich, ich kann nur erahnen, wie schwer es sein muss, diesen Brief verfasst zu haben und die Erfahrung so offen zu teilen. Woher nimmst du die Kraft, so ehrlich über das zu berichten, was dir und deiner Tochter angetan wurde und was du erleben musstest? Die Kraft kommt eigentlich da heraus, dass wir etwas bewegen wollen. Und ich habe in meinem Leben mir viel, viel Ärger eingehandelt, indem ich immer jemand war, der ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl hatte. Und wenn ich irgendwo das Gefühl hatte für mich, dass irgendwo Ungerechtigkeit passiert, dafür auch einzustehen. Und das haben wir auch Ann-Marie immer so vermittelt und beigebracht. Und sie war da also auch wirklich sehr ausgeprägt in dem, dass sie für Gerechtigkeit eingestanden hat. Und ihr Lebensmotto war immer aufgeben, ist keine Option. Und das beten wir uns heute hunderte Male am Tag vor, wie so ein Mantra, um die Kraft zu finden, weiterzumachen und Menschen zu bewegen und mitzunehmen, sich dieses Themas anzunehmen und der Gefahr, wie sie da ist, nicht die Augen zu verschließen oder dass es unter den Teppich gekehrt wird. Weil du den Namen genannt hast, Ann-Marie, das ist ganz wichtig, weil ich mache die Erfahrung sehr oft, dass über Opfer in Deutschland viel zu laut geschwiegen wird. Dass deren Namen viel zu selten genannt werden, dass man ihre Gesichter viel zu selten sehen kann. Du hast auch direkt gesagt, als der offene Brief erschienen ist, ich möchte gerne, dass das Antlitz meiner Tochter dann auch zu sehen ist. Und das war auch das Foto, das dann zu sehen war, als wir bei der Achse des Guten deinen offenen Brief veröffentlicht haben. Und deswegen einen schönen Satz und eine schöne Überzeugung von deiner Tochter hast du bereits genannt. Aber damit wir deine Tochter so in Erinnerung halten wie du, was war sie für ein Mensch? Ann-Marie war ein sehr extrem, extrem lebensfroher Mensch. Sehr, sehr ausgeglichen für ihr Alter. Sehr, sehr in sich ruhend. Sehr interessiert, aber auch sehr weltoffen. Tolerant. Ihre beste Freundin ist 2017 aus Syrien mit ihrer Familie hergeflohen. Also sie war da auch nicht irgendwie, dass sie sich da abgekapselt hat, sondern war eigentlich immer sehr, sehr offen. Und sie hatte irgendwann mal vor, zwei, drei Jahre vorher, so diesen Fable für Grace Kelly gefunden. Und das war so ihr Idol. Sie fand Grace Kelly toll. Woher das kommt, wissen wir eigentlich auch nicht. Aber sie hat sich so angezogen. Sie hat ihre Haare getragen wie Grace Kelly. Und so ist sie auch mit ihren Stöckelschülchen und dem knallroten Lippenstift und angezogen in 50er, 60er-Jahre-Kleidern. Auch mit einer Selbstverständlichkeit losgezogen, dass überhaupt gar keiner, wenn so Menschen sonst manchmal so auffallen, sind sie ja doch schnell exponiert oder geraten in eine Ecke oder werden stigmatisiert. Das hat sie gar nicht zugelassen. Ich weiß, irgendwann hat mal in der Schule einer zu ihr gesagt, wie siehst du eigentlich aus? Und da hat Ann-Marie gesagt, was willst du von mir? Ich kann jederzeit so zum Bewerbungsgespräch gehen und kriege einen Job, so wie du aussiehst, kriegst du niemals einen. Da war sie dann auch schlagfertig. Und sie hat das mit einer Selbstverständlichkeit und einer Überzeugung getragen, dass es jeder respektiert hat. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und sie war sehr zielstrebig. Sie wusste genau, was sie wollte. Und ja, und dieses laut schallende Lachen, das ist eines der Dinge, was uns heute am meisten fehlt. Ja, mal vor zwei Jahren, ja, vor genau zwei Jahren im Sommer war ihre Cousine aus Österreich hier. Und da haben wir dann auch eine Tour mal abends oder waren nachmittags in Hamburg unterwegs. Und ihr Lieblingsfilm, ich weiß nicht, ob du den kennst, wie klaut man eine Million? Ja. So ein alter Schenken mit Peter O'Toole und Audrey Hepburn. Und in dem Film fährt Peter O'Toole ja mit so einem beigefarbenen Jaguar E-Type durch die Gegend. Und vor zwei Jahren, wir kommen unten am Hafen an, steht da genau so ein Auto. Und ich habe dann, der Besitzer stand daneben, ich habe den ja auch gleich dumm angequatscht. Und dann haben wir auch so ein bisschen uns über das Auto unterhalten. Und dann sagt er, ja, das Auto ist eigentlich sogar recht berühmt. Und da habe ich einfach nur gesagt, ich sage, ja, das ist ein Filmauto, das ist aus wie klaut man eine Million. Und dann grinst er und sagt, ja, das ist das originale Filmauto. Und ich habe nur gesagt, echt jetzt? Ja, das hat er auch. Ich sage, Anne-Marie, die kriegt natürlich solche Augen. Und dann sagte der ganz lieb, ja, magst du dich da mal reinsetzen? Und dann hat Anne-Marie gesagt, oh ja, das ist ja toll, da habe ich wirklich, und dann saß sie da, und da ist sie ja ganz stolz und leckert. Und dann hat Audrey gesessen, genau hier sitzt, hat Audrey gesessen. Das habe ich mir, glaube ich, zwei Wochen lang, 30 Mal am Tag angehört, hier hat Audrey gesessen. Da gibt es auch, glaube ich, ich habe das Foto sogar auf dem Handy noch. Warte mal, mal gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde. Hier, da müsste sie sich aufdonnern und so. Ist sie dann auch losgezogen. Also wenn ich gesagt habe, Kind, wir wollen jetzt in den Baumarkt, ja, ja. Und sie hat ja noch immer gesagt, wie Karl Lagerfeld es sagte, wer im Trainingsanzug rausgeht, der hat sein Leben aufgegeben. Die hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, die Kontrolle, ja. Und sie hat dann ja auch, wie gesagt, sie hat dann, ihr Wunsch war es zum bestundenen Schulabschluss, hatte sie sich Schnittmuster besorgt von einem originalen Grace Kelly Kleid. Und das hat sie sich dann nachschneidern lassen mit dazugehöriger Jacke. Und so ist sie dann losgezogen. Da sitzt sie in dem Auto. Und das ist wirklich der Originalwagen, wie er da durch den Film rauscht. Ja, sagte zumindest der Besitzer. Also wenn das stimmt, war der das, ja. Ja, du nennst es aufgedonnert. Ich nenne es einfach hervorragend gemacht. Das ist wunderschön. Das ist doch nicht aufgedonnert. Aufgedonnert ist für mich immer so ein bisschen negativ. So ein bisschen will, aber kann nicht. Das ist doch perfekt. Naja gut, hast du schon mal versucht, eine 16-Jährige zu bänden legen, wenn du nur in den Baumarkt willst? Und sie steht drei Stunden im Badezimmer und sagt, ich gehe noch nicht nur in den Baumarkt. Und kommt dann mit hochhackigen Schuhen in einem Kleidchen, rennt sie durch, Betonsäcke schleppen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kann ich immer sagen. Das stimmt natürlich. Immer mit Sonnenbrille. So ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das war richtig Tussi Ziller, wie sie war. Der rote Lippenstift. Deswegen habe ich immer gesagt, Tussi Ziller. Und das Schönste, sie hat dann ja auch, wenn sie sich nicht benommen hat, habe ich gesagt, du weißt du was, es gibt so ein T-Shirt, das heißt Chantal Nummer 5. Ich sage, wenn du noch ein Wort sagst, dann zwangsweise kriegst du das angezogen. Oder wenn sie irgendwo im Supermarkt irgendwo waren und sie wieder ihr Böckchen hat, ich habe gesagt, Chantal, Ashley, Tiffany, Kimberly, Wyoming, kommst du jetzt? Das war ja peinlich. Dann war dann Ruhe im Karton. Schwierig alles. Als ich deinen Brief gelesen habe, musste ich noch an einen anderen offenen Brief denken. Der kommt aus dem Jahre 2018. Dort haben nämlich die Angehörigen der Opfer des Breitscheidplatzes, des Anschlags auf dem Breitscheidplatz, sich bei der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwert. Ich möchte kurz aus diesem Brief vorlesen. Fast zwei Jahre nach dem Anschlag sind wir immer noch nicht in der Lage, normal zu leben. Es hat sich niemand um uns gekümmert. Sie haben nicht mit uns gesprochen, nicht in die Augen geschaut. Es kam nichts von ihnen. Auch wenn sie in den Jahren danach mehr über die Opfer gesprochen haben, uns als Menschen, die das größte Leid durch diesen Anschlag erfahren haben, haben sie bis heute nicht besucht. Du hast mit deinem Brief auch einen Politiker angesprochen, nämlich Cem Özdemir. In welcher Form fühlst du dich gerade von der Politik in deinem Leid begleitet? Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten und auch nicht pauschal beantworten. So viel im Leben und in vielen Dingen muss man dort auch verifizieren und das Ganze so ein bisschen mehr aufteilen. Hier in Schleswig-Holstein. Es ist so, dass die Politik sehr, sehr interessiert daran ist, dieses Thema zu verfolgen und auch Lösungen zu finden. Und wir sind nach wie vor bis heute in einem sehr, sehr engen Austausch mit unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther, mit unserer Innenministerin Sabine Südellin-Waag, aber auch selbst Menschen wie unser Wirtschaftsminister Klaus Matzen, der ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, ist da involviert, aber auch partei- und fraktionsübergreifend, also auch aus anderen Parteien, dass wir uns in regelmäßigen Abständen treffen. Wir schauen, was kann man verbessern? Was für Ideen sind da? Wir gucken, sind die Ideen umgesetzt? Wenn ja, bringen sie was, bringen sie nichts? Also wir sind da in einem sehr konstruktiven und guten Austausch, um Lösungen zu finden, dass anderen Eltern so ein Leid nach Möglichkeit erspart bleibt. Da muss ich also wirklich Schleswig-Holstein ganz, ganz explizit außen vor nehmen. Hier ist wirklich ein Wille vorhanden, Änderungen voranzutreiben. Und auch, dass man mich dort mitnimmt, gibt mir auch das Gefühl, das kann ich auch den anderen Eltern, mit denen ich in Kontakt stehe, weitergeben und sagen, ja, hier passiert was, hier ist man bemüht. Wenn man allerdings über die Partei oder über die Landesgrenzen hinaus schaut, sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ich habe auch Kontakte nach Berlin in die Politik. Dort gibt es auch einige wenige, die sich wirklich nach wie vor sehr engagiert zeigen, wo wir auch in einem engen Austausch stehen und viel besprechen und viele Ideen haben. Aber leider, diejenigen, die das zu entscheiden haben, ist dasselbe, was auch die Opfer des Breitscheidsplatzes bemängeln, ist das Interesse absolut eigentlich bei null oder weniger. Also bis heute hat Frau Felser sich bei uns trotz Mehrfacheinladung meinerseits nicht gemeldet. Sie ist auch keiner einzigen Gesprächsaufforderung nachgekommen. Da können wir also, da reden wir, ja, da kann ich auch irgendwo hingehen, 50 Cent in die Parkuhr schmeißen. Das bringt mehr, wenn ich mich mit der unterhalte. Also da kommt überhaupt gar nichts, auch keine Reaktion, keine Antwort, kein Interesse an irgendeinem Gespräch. Aber du warst bei unserem Bundeskanzler. RTL hat eingeladen am Tisch mit Olaf Scholz und du warst da. Wie war es mit dem Bundeskanzler? Ja, ich war erst mal sehr dankbar, dass es mir diese Möglichkeit gegeben wurde, ihm zumindest ein paar Fragen stellen zu können. Und ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, aber das gab das Format nun leider nicht her. Und ich war ja auch nicht der einzige Gast. Konntest du hinterher noch mit Olaf Scholz reden oder war es wirklich nur in der Sendung? Hinterher war es nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Also da war nicht mehr sehr viel Zeit. Was hast du während der Sendung geschafft, dem Bundeskanzler mitzuteilen? Naja, mein Anliegen war es ja halt, es geht ja in erster Linie für mich persönlich natürlich um Ann-Marie und Danny, aber auch die anderen Hinterbliebenen oder Kinder und ihre Hinterbliebenen. Und mir war es halt wichtig, dieses Thema auch zu erwähnen und anzusprechen und auch Herrn Scholz versuchen beizubringen, was für eine prekäre Situation wir eigentlich haben und dass es auch um unsere Menschenleben und vor allem auch um Kinderleben geht. Hast du das Gefühl, dass das bei Olaf Scholz angekommen ist? Das ist schwer zu sagen. Herr Scholz ist natürlich Profi durch und durch. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob er das angenommen hat, ob er was bewegen kann oder bewegen will. Er wird sich jetzt daran messen lassen müssen. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass du auch ihn konfrontiert hast damit, dass man gerne von diesen Leuten spricht, wenn man von den Opfern spricht und du aber nochmal klargemacht hast, diese Leute, das sind Menschen mit Biografien, mit Gesichtern, mit Schmerzen, mit Freuden, mit Lachen, mit Weinen. Hat er das wenigstens verstanden, dass, wenn er von diesen Leuten spricht, diese Leute deine Töchter und die Töchter und Söhne von Menschen sind? Also ich hoffe es, dass er das auch mal mitgenommen hat und angenommen hat und das nicht nur aus politischem Kalkül, sondern auch für sich selber verinnerlicht. Denn wie gesagt, wenn ich spreche, ich treffe Leute im Stadion oder ich treffe Leute, was weiß ich, draußen auf der Straße, ist ja was anderes, als wenn ich von Menschen spreche, die in so einem wirklich prekären Fall und auch mich in dieser Art und Weise an die Angehörigen wenden. Und ich finde es zumindest dem Anlass entsprechen und ich würde es auch mir wünschen, als Zeichen der Würde für die Hinterbliebenen, dass man zumindest die Namen der Opfer nennt und nicht von irgendwelchen Leuten spricht. Du hast auch den Freund von Anne-Marie angesprochen, Danny. Was war Danny für ein Mensch? Die beiden waren ja erst fünf Tage ein Paar und ich hatte das Glück, dass ich Danny zweimal schon kennenlernen durfte und so wie ich ihn kennengelernt habe, war er ein sehr offener, sehr weltoffener, sehr interessierter, intelligenter, junger Mann, auch wie meine Tochter, mit ganz, ganz klaren Zielen und sehr, sehr vernünftig und sehr überlegt, auch in seinen Aussagen und in seinem Handeln. Und ja, wir hatten auch sehr, sehr schnell festgestellt, dass wir beide auch einige Interessen gemeinsam haben und hatten auch schon so darüber nachgedacht, dieses in den folgenden Wochen oder Monaten auch gemeinsam auszuleben. Wie gehen Dennis' Eltern damit um? Haben sie den gleichen Weg, mit der Trauer umzugehen wie du oder sieht das bei denen ganz anders aus? Ich glaube, es gibt keinen pauschalen Weg, mit Trauer umzugehen, was richtig und was falsch ist. Insofern, ich glaube, jeder hat das Anrecht darauf, mit der Trauer umzugehen, wie es für ihn am besten ist, denn wir müssen ja schließlich alle noch 20, 30, 40 Jahre, keine Ahnung, wie lange wir noch leben dürfen, damit umgehen. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich glaube auch, dass ich etwas bewegen kann, aber das sieht jeder anders. Eine Art von dir, mit der Trauer umzugehen, war und ist der offene Brief an Cem Özdemir, der bei uns auf der Achse des Guten erschienen ist. Hat Cem Özdemir auf den Brief reagiert? Weißt du, ob Cem Özdemir den Brief gelesen hat? Bei Herrn Özdemir muss ich jetzt sagen, er ist natürlich jetzt, dadurch, dass er den Schritt gewagt hat, natürlich auch durch mich in den Fokus gelangt und ich ihn vielleicht auch ein bisschen hart angegangen habe. Ich muss aber zur Verteidigung ganz ehrlich sagen, Herr Özdemir hat sich bei mir gemeldet. Wir haben ein sehr langes, ausführliches Telefongespräch geführt, ein sehr konstruktives Gespräch, ein sehr hartes Gespräch, in dem wir auch beide unsere Standpunkte ganz eindeutig dargestellt haben und ich glaube, sowohl Herr Özdemir wie auch ich haben beide aus diesem Gespräch sehr viel gelernt und wir sind uns beide einig, dass das nicht das letzte gemeinsame Gespräch war und das sehe ich sehr, sehr positiv. Du endest deinen Brief ja mit dem Satz, mögen sie eine solche Erfahrung niemals machen müssen, aber Cem Özdemir hat ja jetzt Angst um seine Tochter, er formuliert das. Das heißt, er hat Angst, dass seiner Familie, seiner Tochter, das passieren könnte, was deiner Tochter passiert ist und da stellt sich ja manchmal die grausame Frage, viele Politiker, die das zu verantworten haben, was gerade passiert, sind die einfach so abgehoben und überhaupt nicht drin in der realen Welt, dass sie gar nicht spüren, wie gefährlich die Welt und die Gesellschaft mittlerweile für einen nicht geringen Teil in diesem Land geworden ist. Auch hier würde ich gerne ein bisschen differenzieren und es hört sich vielleicht falsch an, wenn ich das sage, aber ich muss dort leider aus meinen, wie gesagt, man lernt ja immer dazu, die blinde Wut oder natürlich das Unverständnis ist natürlich sehr, sehr einfach hingeschmissen. Wichtig ist ja immer, beide Seiten zu betrachten. Wie gesagt, hier in Schleswig-Holstein besteht ein sehr, sehr großes Interesse, das Ganze weiter zu verfolgen und Änderungen herbeizuführen. Ich weiß aber auch aus unseren intensiven Kontakten in Schleswig-Holstein, dass es für Politiker manchmal sehr, sehr schwierig ist, ich will jetzt nicht sagen, die Realität zu sehen, aber zu verstehen, was eigentlich passiert. Da steht morgens um was ich halb sieben der Dienstwagen vor der Tür, die steigen ein, kriegen ein Dossier mit den wichtigsten Überschriften des Tages in die Hand, werden von Termin zu Termin kutschiert und betreffen dort nur auf irgendwelche Lobbyisten, irgendwelche Ja-Sager, irgendwelche Leute, die den Puderzucker in den Hintern pusten und sind so bis abends um, keine Ahnung, 22, 23 Uhr oder teilweise auch später unterwegs und das sechs Tage die Woche. Die sind natürlich darauf angewiesen, auf die Informationen, die sie irgendwo bekommen, weil auf normale Menschen treffen sie ja kaum. Insofern ist an mich auch schon hier in Schleswig-Holstein von hochrangigen Politikern getragen worden, Gott sei Dank kriegen wir von dir mal die Wahrheit zu hören. Ich glaube aber, wie gesagt, in Berlin, diese Geschichte mit dem Elfenbeinturm, die sitzen da oben und wissen nicht, was unten passiert, das ist noch, was ich erfahren habe, in manchen Punkten noch deutlich, es ist noch untertrieben, es ist in der Realität viel, viel schlimmer. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite auch irgendwo das gewisse Verständnis, Sicherheitspersonal und sonstiges, sie werden ja von allem abgeschirmt, sie kriegen ja eigentlich gar nichts mit, außer das, was ihnen zugetragen wird und ich glaube, manche Politiker in Berlin sollten sich mal neue Berater anschaffen oder neue Berater verpflichten, die vielleicht ein bisschen näher an der Realität und am Menschen dran sind, als die, die sie momentan haben. Michael, ich bewundere gerade die Art und Weise, wie du sprichst, weil dein offener Brief ist deutlich und man spürt, dass hinter der Deutlichkeit sehr viel Wut und Zorn war und teilweise noch ist, aber nicht so sehr zutage tritt, dass du es schaffst, dich nicht von deiner Wut, von deinem Zorn gefangen zu nehmen und gefangen nehmen zu lassen. Wie schaffst du das? Nein, ich bin nicht wütend und ich bin auch nicht zornig. Wut und Zorn sind ganz, ganz schlechte Berater und in Wut und Zorn verfällt man manchmal nicht mehr auch in blinden Aktionismus und das ist etwas, was wir auch versucht haben, Anne-Marie immer beizubringen. Das bringt dich in deinem Leben nicht weiter. Auch wir sind immer, das habe ich von meinem Vater gelernt und das haben wir auch unserer Tochter weitervermittelt, immer extreme, liberale Demokraten gewesen und ich glaube, ein Punkt ist und das ist auch etwas, was mir heute in der Politik sehr, sehr fehlt. Wir müssen in einen sachlichen, vernünftigen und intelligenten Diskurs gehen, um Probleme zu lösen. Nur so geht es weiter, wenn ich jemanden anschreie, stigmatisiere oder in irgendwelche Wutreden verfalle, jemanden beleidige, wie das heute in der Politik absolut üblich ist. Ja, man schafft Brandmauern, man schafft zwei große Lager, man spaltet die Gesellschaft, es hilft aber niemanden am Ende zusammenzukommen. Zusammenkommen tut man nur, indem man intelligent und vernünftig miteinander spricht und auch dem anderen seinen Raum lässt, zu argumentieren und nicht den gleich als falsch oder als idiotisch oder als blöd darzustellen. Man sollte sich jede Meinung anhören, egal wie blöd sie ist und Gerd, wenn du jetzt hier bei mir nackend durchs Wohnzimmer am Kopf stand, hüftst und schreist, die Aliens landen gleich, dann ist es deine Meinung. Ich muss sie nicht teilen, aber ich würde sie respektieren und ich würde mit dir darüber sprechen, aber ich muss doch nicht sagen, der ist verrückt, mit dem spreche ich nicht und das ist leider in der heutigen Politik Usus geworden, dass man so agiert und das erschrickt mich eigentlich als aufrichtigen, überzeugten Demokraten ganz massiv. Freiheit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das, woran man keine Schuld trägt und das machst du hier wirklich meisterhaft, aber dann möchte ich für dich ein wenig wütend sein, denn ich bin fassungslos darüber, dass du dir anhören musstest, in welcher Form du doch bitte mit deinem Leid umgehen sollst, damit du ja keine Wasser auf die Mühlen von irgendwelchen rechtsradikalen Leuten gießt. Also im Ausnahmezustand der Trauer haben dir Leute gesagt, wie du gefälligst damit umzugehen hast. Mich macht das wütend. Ich bin dort sehr, sehr glücklich, wie gesagt, dass ich die Erziehung genossen habe, mir nicht irgendwas indoktrinieren zu lassen, sondern mir meine eigenen Meinung zu bilden und das nicht nur auf einzurufen, sondern ich höre mir viele Menschen an, um mir eine breite Meinung bilden zu können und auch eine, ich glaube mir an meine eigene Meinung auch auf viele Sichtweisen hinaus das herauszuziehen, wo ich glaube, das ist ein vernünftiger Mittelweg. Eine Demokratie ist immer ein Konsens, ein Miteinander, es ist immer ein Finden von gemeinsamen Wegen und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Punkt auch meines Lebens und so haben wir es auch Anne-Marie beigebracht und daran halte ich nach wie vor fest. Wie gesagt, ich halte nichts von Stigmatisierung oder alternativlosen Meinungen und was dort alles propagiert wird, es gibt nichts, was alternativlos ist, es gibt immer eine Alternative und die muss man halt finden und da gibt es auch Lösungen, irgendwo ein Problem zu lösen und wenn man dazu nicht bereit ist, ist das eigentlich erschreckend und unsere Politiker, da erwarte ich eigentlich, dass dort Menschen sitzen, die über die nötige Intelligenz, die nötige Weitsicht und die nötige Empathie verfügen, auch nicht jetzt kurzfristig bockige Entscheidungen zu treffen, sondern langfristige Entscheidungen vernünftig abwägen und zu treffen und nicht aus irgendwelchen mit dem spiele ich nicht oder der ist doof, sondern auch sich langfristig Gedanken zu machen, nicht was ihre persönlichen Präferenzen sind, sondern was für 84 Millionen Bürger dieses Landes sinnvoll und vernünftig ist für die Zukunft betrachtet. Wenn man ein Problem lösen möchte, muss man es erstmal erkennen und dann ansprechen, beschreiben. Du berichtest über ungefähr 300 Elternpaare, die ebenfalls ihre Kinder verloren haben und dann wollen wir jetzt mal das Problem beschreiben, denn in dem Brief haben wir es schon gehört, es gibt dort Eckpunkte der Gemeinsamkeiten. Was also ist das Problem? Naja, das Problem ist halt, es geht ja halt immer darum, es ist immer dasselbe Täterprofil und wir erleben das ja auch, wir sehen das ja, es ist ja nur ein Bruchteil der Taten, die wirklich mal in die Medien schaffen oder durch die Medien getrieben wird, dass wir immer sehen, dass es dasselbe Täterprofil ist, es geht auch um dieselben Tatwerkzeuge. Wir sind uns ja einig, ich zumindest, ich habe in meiner, in meinem Leben oder auch von meinen Eltern nicht beigebracht bekommen, dass ich mit einer Machete oder einem Kampfmesser aus dem Haus gehe und schon gar nicht, dass ich das irgendwo einsetze, nur weil irgendwo ein Konflikt entsteht. Wir reden hier einfach darüber, dass komplett andere, ja wie sagt man das, dass komplett andere Kulturen dort aufeinander treffen, die vielleicht mit unseren Grundwerten, mit unserem Grundgesetz manchmal nicht vereinbar sind und es ist ein Punkt, der ist für mich auch schwer zu verstehen. Ich als kleiner selbstständiger Handwerker, ich muss jeden Quatsch 20 Mal dokumentieren und nachweisen und das Ganze noch zehn Jahre aufheben, um anspruchsfähig zu sein und muss das Ganze hier an was ich an sämtliche Institutionen alles weiterleiten, die das auch kontrollieren und damit überhaupt irgendwo, ich bin heute für jede Arbeitsstunde, die ich irgendwo bringe, brauche ich alleine schon 20 Minuten für die Dokumentation dafür und dann sagt mir jemand, wir wissen nicht, wie viele Menschen in dieses Land kommen, wir wissen nicht, wer es ist, woher sie kommen, welche Vita haben sie, welche Ausbildung, welche Vorstellung haben sie, wo befinden sie sich, was machen sie, das wissen wir alles nicht, das einzige was funktioniert ist, dass sie jeden Monat das Geld bekommen, das funktioniert witzigerweise, aber der Rest geht völlig unter und wenn man nachfragt, heißt es, ja, das ist wohl irgendwo, wenn ich in meinem Betrieb so verfahren würde, würde ich schon lange im Gefängnis sitzen. Ich muss da gerade an einige Fälle aus den Vereinigten Staaten von Amerika denken, es gibt ja einige amerikanische Bürger, die irgendwo in Geiselhaft sind und gerade nicht nach Hause können und tatsächlich passiert das da immer mal wieder gerne, dass die sich in Geiselhaft befindenden Leute, wenn sie endlich nach Hause kommen, erst mal Briefe von der Steuerbehörde bekommen, dass sie doch ihre Steuern nicht bezahlt haben. Das funktioniert immer. Ja, das ist, ja, es ist vieles verrückt und das ist für viele, finde ich, im normalen Menschenverstand nachvollziehbar und ich glaube, es gab mal diesen schönen Spruch, es ist dem Esel zu wohl geht aufs Eis. Ich glaube, ich glaube, dass wir in vielen Punkten heute weit übers Ziel hinausschießen, weil wir verlernt haben, die wirklich, wirklich wichtigen Dinge in Fokus zu setzen, sodass wir uns mit irgendwelchen nebensächlichen Themen aufhalten und herumstreiten und beschäftigen, die eigentlich überhaupt nicht tragfähig sind. Woran liegt es, dass von so vielen öffentlichen Stellen nicht erkannt wird, das Problem? Oder erkennen Sie es und verdrängen Sie es? Oder noch schlimmer, lügen Sie einfach? Oh, das ist eine gute Frage, das kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Es wird ja Kanzler, Ex-Kanzler Schröder, der Satz zugeschrieben, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Ob das wirklich von ihm stammt, das weiß ich nicht, aber das wird ihm ja zugesprochen. Es ist ja heute tatsächlich so, und das ist ja nicht nur in der Politik, es ist ja auch in sämtlichen großen Firmen heute so, dass ja keiner mehr da ist, der Rückgrat hat und Entscheidungen treffen will. Wenn es wirklich um Entscheidungen geht, werden irgendwelche Räte zusammengerufen, große Arbeitskreise gebildet, wo 20, 30, 40, 50 Personen drin sitzen, wo wild tagelang diskutiert wird. Und wenn am Ende irgendwo mal eine Entscheidung getroffen wird und die geht irgendwann mal in die Hose, dann heißt, weiß keiner mehr, wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Da passiert also überhaupt gar nichts, ist auch keiner bereit, Verantwortung mehr zu tragen und zu übernehmen. Im Gegensatz, wenn mal wirklich was gut läuft, dann können sie sich gar nicht schnell darum reißen, wer denn eigentlich dafür verantwortlich ist. Und das ist so dieses Thema des Arbeitskreises, der da mal gebildet worden ist, was man heute an vielen Orten und Stellen sieht. Und ich finde es eigentlich sehr schade, ich muss auch jeden Tag mit meinem Rückgrat gerade dastehen für meinen Betrieb, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden zusehen. Das lastet alles auf meinen Schultern. Und solche wichtigen Entscheidungen werden auf viele Schultern verteilt, das nachher überhaupt gar nicht nachzuvollziehen ist, wer eigentlich dafür verantwortlich ist. verantwortlich ist ja immer die Person, sollte man annehmen, die dann auch scheitern kann. Nur das Schlimme ist ja in der Politik, wenn die Politik scheitert, dann scheitern ja nicht die Politiker, dann scheitert das Volk. Das heißt, das, wofür die Verantwortung übernehmen, ist etwas, das dann das Volk, du, ich, ausbaden müssen. Also für die Fehler der Regierung scheitern wir. Ist das vielleicht das Problem? Ja, das ist vielleicht möglich. Es gibt ja mal von Carlos AG Bauer einen ganz, ganz tollen Vortrag, wo er mal über die Haftung von Politikern spricht und das Ganze mal mit dem Haftungsrecht für große Aktiengesellschaften vergleicht. Wenn wir das gleiche Recht für Politiker anwenden würden, wäre die ganze Sache vielleicht etwas interessanter. Ausbaden musste es deine Tochter auf brutalste Art und Weise, aber es gibt ja junge Menschen, die auch ganz anders darunter leiden. Dadurch, dass sie sich mit einer Situation konfrontiert sehen, von der sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und ich frage mich manchmal, ob das vielleicht der Grund ist, warum die Wahlentscheidung bei den 16, 17, 18-Jährigen gerade so ist, wie sie ist. Weil sie wählen ja nicht mehr grün und sie wählen noch nicht mehr links von der Mitte, sondern viele von ihnen wählen jetzt rechts. Und manchmal stelle ich mir die Frage, ob das vielleicht daran liegen könnte, dass sie etwas erleben und ausbaden müssen und dass sie an etwas scheitern, für das sie gar keine Verantwortung tragen. Aber die, die es zu verursachen haben, noch gar nicht wirklich bemerken, was es bedeutet. Es sei denn, man ist Schem Öztimir und fühlt sich einmal in seine Tochter ein. Ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also so wie ich das von den Jugendlichen mitbekomme, es ist so, sie sind sehr, sehr, sie sind nicht dumm, wie ihnen manchmal unterstellt wird und sie sind wesentlich feinfühliger, als man es vielleicht erwarten wollen würde als Erwachsener. Wenn heute irgendwelche Schüler in die Klasse kommen und der Lehrer fragt, was wählen eigentlich deine Eltern und ein Schüler wagt es auch noch zu sagen, wissen Sie, das geht sie einen Scheißdreck was an und der Lehrer stellt sich und sagt, aha, also AfD, sonst könntest du dir das ja sagen, dann sind wir an einem Punkt angelangt, der meiner Meinung nach nichts mehr mit Bildung, sondern nur noch mit Indoktrination zu tun hat und das ist eine gefährliche Sache und die Schüler merken es, sie sind ja nicht blöd, wie ihnen manchmal unterstellt wird. Sie merken es, sie spüren es und sie wollen das nicht. Wir waren jetzt im Sommer im Südenäufer Europas unterwegs, in Südfrankreich, in Italien, unter anderem kamen wir einen Abend, waren wir in Monaco und das war für mich eine ganz, ganz bezeichnende Sache. Auf diesem Plat de Paris, also vor dem Casino, stehen abends bestimmt 10.000, 12.000 Trottel wie ich, die mal schöne Autos und reiche Leute sehen wollen und neben uns standen so zwei Jungs mit der Baseballkappe schief auf dem Kopf und wir haben eigentlich so schon vorher uns gewundert. Es war, was uns vorher auffiel schon, war, man sieht dort Menschen ab. Ich würde sagen, Mitte 40 aufwärts und wir haben ganz, ganz viele gesehen und das war der Großteil von wirklich jungen Menschen, so ich würde mal sagen, zwischen 16, 23, 16 bis 23, das war der Großteil, die sich dort mit uns herumtrieben. Diese Gruppe zwischen 23 und 45 hat man gar nicht gesehen. Das sind so diejenigen, die alle glauben, dass man mit ein bisschen Propellern irgendwo in der Welt und ein paar Photovoltaikanlagen und im Lastenfahren eine Industrienation betreiben kann, die sieht man nicht. Aber gerade die Jungen waren sehr massiv dort vertreten. Jungs wie Mädels, also alles. Und ich sprach dann diese beiden Jungs an, die dann neben mir standen und ich sagte, Mensch, gefällt euch das, was ihr hier so seht? Ja, das ist voll geil und das ist super. Und sie erzählten dann, dass sie ein Jahr lang nebenbei im Supermarkt Regale eingeräumt haben und Sonstiges, um eine Woche mit der Bahn und ihren Fahrrädern nach Nizza zum Zelten zu fahren. Und das Ganze haben sie eigentlich nur gemacht, weil sie einen Abend nach Monaco wollten. Ich habe dann ganz spaßig so gesagt, ich sage, was wollt ihr denn hier in Monaco? Hier gibt es doch keine Lastenfahrräder zu bewundern. Da wurden die beiden dann so ein bisschen lebendig und sie erzählten dann wirklich ganz offen, dass sie die Nase voll haben. Sie sind zwei Jahre lang eingesperrt worden, sie sind von ihren Freunden ferngehalten worden, von ihrem Sportclub. sie haben zwei Jahre ihres Lebens, ihre Jugend schon verpasst und sie wollen das nicht mehr. Sie wollen für die Zukunft, sie wollen selber entscheiden, sie wollen selbst entscheiden, was sie essen wollen. Sie wollen ins Flugzeug, sie wollen um die Welt reisen, sie wollen sich die Welt anschauen und sich das Fliegen verbieten lassen. Sie wollen auch entscheiden, sie wollen ein tolles Auto fahren, sie wollen, sie gucken hier und der eine sagte dann, und mein Ziel ist es, mich interessiert Work-Life-Balance und mit 20 Stunden bin ich überfordert und was sie da alles erzählen, interessiert mich nicht. Ich möchte irgendwann, ich möchte arbeiten und ich möchte irgendwann hier meine Wohnung haben und ich möchte abends hier auch mit meinem Ferrari langfahren. Und das fand ich eine tolle Aussage und das zeigt, dass die Generation, die jetzt nachkommt, ein komplett anderes Verständnis dafür hat, als die Generation, die jetzt so 23, 24 plus ist. Die interessiert es nicht. Die Jungen, die sehen es ganz einfach, wir können ja CO2 einsparen bis sonst wohin, aber mit inzwischen nicht mal mehr 1,2 Prozent CO2-Erstoß, wir können aufhören zu atmen und es wird die Welt nicht verändern. Und während China gerade, keine Ahnung, 400 oder 450 neue Kohlekraftwerke baut, wir schalten hier unsere sämtlichen Stromquellen ab, glauben, wenn ein bisschen Flatterstrom und ein bisschen Sonne mal, wenn diese gerade mal scheint, können wir jetzt unsere Gasheizung abschalten, auf Elektro umschalten, unsere Autos wegfahren, auch nur noch Elektro, wir haben gar keinen Strom mehr, aber wollen alles auf Elektro umstellen. Ich glaube, das wollen die jungen Menschen nicht. Die wollen erleben, die wollen leben, die wollen erleben, sie wollen was sehen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern. Und das wird für die Altparteien oder die alteingesessenen Parteien ein Riesenproblem, wenn sie den aktuellen Kurs weiterfahren. Wir sind ja ungefähr gleich alt, deswegen möchte ich fragen, wir haben noch die Zeit der Pflichtdienstjahre erlebt. In welcher Form hast du gedient, zivil oder an der Waffe? Ich habe 15 Jahre Feuerwehr. Ich frage, weil du hast gerade die Corona-Zeit angesprochen. Und da wurden ja alle jugendlichen Menschen zum Wehrdienst gegen Corona verpflichtet. Und da gab es eben nicht die Möglichkeit zu verweigern. Sie mussten es tun. Junge Menschen mussten dienen, um das Leben für den eher älteren Teil der Gesellschaft, weil die Älteren waren betroffen von dem Coronavirus, mussten die jungen Menschen ihr Leben umstellen, in den Dienst für den Staat, in den Dienst gegen das Virus gehen, um für die Älteren da zu sein. Und das wird auch sehr oft nicht erkannt, was wir in den letzten Jahren alles schon den jungen Menschen abverlangt haben. Und die Migrationspolitik ist auch wieder etwas, das von den jungen Menschen ja ausgebadet werden muss. Die müssen da Verantwortung übernehmen. Naja, sie sind in der Sache näher dran, wenn ich das hier von unseren Jugendlichen, die uns regelmäßig, unsere Bonuskinder, die uns ja Gott sei Dank noch an ihrem Leben teilhaben lassen, die Freunde und Mitschüler von Ann-Marie. Das höre, da ist heute einfach, ich war auch zum Schluss auf einer Gesamtschule und für uns war es auch normal, dass da 20, 25 Prozent Mitschüler im Migrationshintergrund waren. Aber ich glaube, die Zeiten waren anders. sie waren damals sehr bemüht, sich zu integrieren, unsere Lebensweisen und Arten anzupassen. Und ich habe aus damaliger Zeit, und das ist ja nun auch schon über 30 Jahre her, immer noch Freundschaften, auch mit diesen Menschen, die mir in den letzten über 30 Jahren auch sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich froh bin, sie als meine Freunde bezeichnen zu dürfen. Ich glaube aber, der Punkt dahingehend hat sich geändert, dass wir heute ja teilweise bis zu 80 oder über 80 Prozent Migrationsanteile in den Klassen haben, auch kein wirklicher Integrationswille vorhanden ist. Im Gegenteil, es wird sogar gefordert, dass, oder es werden mitteleuropäische oder deutsche Kinder zusammengeschlagen, weil sie keine Muslime sind. Und wenn sie zur Schulleitung gehen und der Schulleiter sagt ihnen, du, wir haben gerade einen I-Preis bekommen, das mache ich jetzt mal nicht so laut, sonst heißt das, wir sind rechtsradikal und dann wird uns der Preis wieder abgenommen, dann fühlen sich diese Kinder natürlich, oder diese Jugendlichen natürlich auch vernachlässigt, nicht ernst genommen. Wohin sollen sie mit ihren Ängsten, mit ihren Aggressionen, mit ihren Gefühlen, wo sollen sie hin, wenn nicht einmal der Schulleiter darauf reagiert und das Ganze noch klein redet. Insofern werden sie natürlich dementsprechend ihr Kreuz bei der nächsten Wahl machen, wo sie glauben, dass sie besser vertreten werden. Diese Unfähigkeit, auch empathisch zu sein für Aggressionen und für Wut und verstehen zu wollen, wo das herkommt, aber auch mal einfühlsam zu sein für das Böse und für Leute, die vielleicht missbräuchlich sind. Wenn man so etwas über das Knie bricht, wie sagen wir mal Maskenpflicht oder eine Impfkampagne, dann wissen wir, dass dadurch, dass man das sehr schnell irgendwie institutionalisiert, dass das auch missbraucht werden kann. Und es gibt die Maskenskandale und es gibt andere Skandale, weil Leute das missbraucht haben. Und genau so ist es in der Migrationspolitik, dass die Leute sich nicht darüber Gedanken machen, ob die Bereitschaft, Deutschlands zu helfen, auch missbraucht werden kann von Leuten, die dann dafür sorgen, dass eben nicht jene Migranten und fremde Menschen kommen, von denen du auch gesagt hast, mit denen ist man wunderbar ausgekommen, sondern eben auch böse Menschen. Also wie gesagt, auch da würde ich ein bisschen verifizieren wollen. Also wie gesagt, ich sehe nicht diese Masken und das Ganze als Skandal. Der Mensch ist von seinen Grundinstinkten her natürlich gierig. Er möchte gerne weiterkommen, er möchte dazulernen, er möchte sein Wissen und auch sein Vermögen mehren. Das ist ja ein normales menschliches Verhalten. Wenn der Staat diese Möglichkeiten öffnet, ist es auch verständlich und normal, dass Menschen dieses in einer Form ausnutzen, die vielleicht für die Gesellschaft nicht korrekt ist. Wieso heißt es so schön, gib dem Affen Gewehren, Jan, der Affe erschießt jemanden, das ist nicht der Affe schuld. Insofern, in diesem Punkt, wir haben Recht und Gesetze und auch gerade in Zeiten von Corona, das Grundgesetz ist ja nicht nicht irgendwie aus heiterem Himmel entstanden, sondern es ist ganz bewusst und auch unter Mithilfe der Amerikaner so geschrieben worden, dass es niemals eine Situation, eine solche schreckliche menschenverachtende Situation wie von 33 bis 45 geben kann und darf. Und das ist gut so und das ist richtig so. Und das Grundgesetz in seinen Grundzügen dient dazu, den Bürger vor dem Staat zu schützen. Dass hier ohne irgendwelche Strafen, Konsequenzen das Grundgesetz mit Füßen getreten worden ist, gesetzeswidrig gehandelt worden ist, ist eigentlich der viel größere Skandal, als dass irgendwelche, die sich gegebenen Möglichkeiten ausgenutzt haben. Ich glaube, da ist viel mehr nötig, eine Aufklärung zu betreiben, aber auch hier mit Fingerspitzengefühl, Intelligenz und Sorgfalt, als dass es bis jetzt getan worden ist. Und wie gesagt, das Grundgesetz dient dazu, den Bürger vor dem Staat zu schützen. Das ist, glaube ich, gerade in Corona-Zeiten vieles sehr, sehr schief gelaufen. Was die Integration betrifft, es ist natürlich, wie gesagt, es ist irgendwo die Frage, wie viel können wir leisten? Wie gesagt, wir dürfen an dem Leben unserer Bonus-Kinder teilhaben. die gehen jetzt ins Abiturjahr und stellen jetzt schon fest, dass teilweise zwei oder teilweise sogar drei Tage die Woche der Unterricht ausfällt, weil keine Lehrer da sind. Nun ist natürlich die Frage, wie sollen die Abitur schaffen, wenn ihnen 40 bis 60 Prozent des Unterrichts fehlen? Und selbst wenn sie das Abitur mit Gut Will und Gut Dünken schaffen und sie gehen ins Studium, fehlen ihnen sämtliche Basisdaten, um eigentlich ein Studium sinnvoll zu beginnen. Also das ist schon der Wahnsinn eigentlich an sich. Nun reden wir irgendwas, wir müssen Menschen besser integrieren, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, unsere eigenen Schüler vernünftig zu unterrichten. Wir können ja nicht, es hat ja nichts mit sozial zu tun oder was manche Parteien erzählen oder menschlich zu tun, wenn wir Menschen unter falschen, völlig falschen Voraussetzungen in dieses Land locken und wenn sie herkommen, in Containerdörfer sperren, ihnen jeden Monat ein paar Euro in die Hand geben und sagen, ja herzlichen Glückwunsch, das nennt sich nur Integration. Das hat mit Menschlichkeit, Christlichkeit und Integration gar nichts zu tun, das ist in Wirklichkeit absolut menschenverachtend. Und es ist zwar schön, immer zu schreien, offene Grenzen und kommt alle her, das hört sich ja toll an, nur, das ist das, was ich vorhin sagte, ich wünsche mir oder ich erwarte von Politikern, dass sie auch ein bisschen weiter als ihre Fußspitzen denken können. Wie bringt man diese Menschen in Integrationskurse? Wie kann man ihnen vermitteln, was unsere Werte sind, was unser Grundgesetz ist? Wie kann man ihnen Sprache beibringen? Wie kann man sie in den Arbeitsmarkt integrieren? Wie kann man sie dazu bringen, aus diesem Containerdörfer rauszukommen und den Willen zu schaffen, sich hier in die Gesellschaft einzufügen? Daran denkt überhaupt gar keiner, wie das gemacht werden soll, wer das bezahlen soll, wie das gemacht werden soll, wie das finanziert werden soll und jeder, der das hinterfragt, ist gleichzeitig ein Rechtsradikaler oder ein Nazi. Ich glaube, wie gesagt, es läuft in der Diskussionskultur in Deutschland sehr, sehr, sehr viel falsch und wir müssen wieder lernen, vernünftig, sachlich und intelligent miteinander zu sprechen, anstatt diesen Blödsinn mit Stigmatisierung und Polemisierung. Das bringt uns alle nicht weiter. Vielleicht liegt es daran, dass auch dort sehr viele Menschen gar nicht das Problem lösen möchten, sondern sie möchten einfach nur gut dastehen und deswegen übernehmen sie auch keine Verantwortung. Es ist ja keine Verantwortung, mal an einem Bahnhof Applaus zu geben für Leute, die kommen oder dann mal gegen rechts zu demonstrieren. Wenn ich Verantwortung übernehme für Flüchtlinge, heißt das auch, wie bringe ich sie unter, wie kann ich sie integrieren? Eben all das, was du angesprochen hast. Aber das heißt auch, dass man sich ehrlich machen muss. Wo sind die Grenzen? Wie viele Kapazitäten habe ich? Kann ich überhaupt helfen? Bin ich überhaupt eine Hilfe? Sorgt meine Hilfe dafür, dass es dann dem Menschen, dem ich helfen möchte, auch besser geht? Oder fühle ich mich dann einfach nur besser? Und ich glaube auch, dass es den meisten oder sagen wir vielen Leuten in Deutschland gar nicht darum geht, den Flüchtlingen zu helfen, sondern sie wollen einfach nur, dass es ihnen besser geht, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich gut fühlen. Dass sie zumindest nach außen erzählen können, ich bin ein toller Mensch, bitte respektiert mich und akzeptiert mich in der Gesellschaft und schaut, wie toll ich bin. Aber dann lass uns mal ein wenig über diese Menschen spekulieren, weil ich erlebe dich als einen Menschen, der sich sehr klar mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt hat, vor allem in Ausnahmesituationen. Du bist konfrontiert worden mit Situationen, wo du dich mit deiner Menschlichkeit auseinandersetzen musstest und du musstest ehrlich in den Schmerz hinein. Was ist es, was so viele Menschen verdrängen? Welche Gefühle lassen sie nicht zu, dass sie glauben, es wäre Hilfe, am Bahnhof zu applaudieren und tausende von Menschen in irgendwelche Auffanglager zu quetschen und zu glauben, das wäre Flüchtlingshilfe? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und auch da, man kann nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich verschiedene Motivationen dazu. Aber man hat ja nun versucht, uns in den letzten Jahren das betreute Denken aufzuzwängen. Es ist ja heute gefährlich, wenn irgendjemand seine eigene Meinung kundtut oder vielleicht sie auch mal laut sagt. Das wird ja heute schon als Gefahr angesehen. Das sieht man ja an dem Antidiskriminierungsgesetz für die Bundesregierung, dass man die nicht mehr kritisieren darf, ohne gleich nach § 188 Strafgesetzbuch Verfahren an den Hals zu bekommen. Also das sind so Dinge, anliebsten einheitlich, bloß nicht denkend hinterherlaufen, was ihnen einer sagt. Und wie gesagt, diese ganze Diskussion mit, das ist alternativlos, das muss so sein. Die Wissenschaft hat bewiesen, das sind so alles Sätze, die sollten eigentlich jedem normaldenkenden Menschen erschrecken und auch mahnend da vorstehen, was ihnen da eigentlich vorgesetzt wird. Vielleicht alle, die nicht freitags irgendwo auf einer Straße rumgeklebt haben, sondern vielleicht mal tatsächlich einen Unterricht besucht haben und vielleicht dort mal Physik hatten, die haben auch mal alle gelernt, was eine Waage ist. Eine Waage ist eine Ausgeglichenheit der Kräfte zwischen rechts und links. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ohne Ausnahme oder wenige Ausnahmen, dass wir keine Radikalen brauchen, weder Rechtsradikale noch Linksradikale noch irgendwelche anderen Radikalen, muslimische Radikale oder was es da alles nicht möglich ist, gibt. Die braucht kein Mensch. Die will auch kein Mensch. Aber wir brauchen rechts und wir brauchen links, alleine um in der Waage eine Balance zu finden und eine gesunde Mitte sich bilden zu lassen. Dafür brauchen wir beide Kräfte. Sonst kippt die Waage in eine Richtung um. Und ich glaube, viele haben einfach vergessen, wie viele Dinge im einfachen Leben man täglich vor der Nase hat, die vieles erklären, weil sie gar nicht wieder in der Lage sind oder es verlernt haben, eigenständig zu denken, weil man in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ihnen ja das betreute Denken aufgezwungen hat. Und wir müssen, glaube ich, wieder alle anfangen, ein bisschen eigenständiger zu denken und unser Gehirn mal wieder zu benutzen und mal sensitiv darauf zu reagieren, was will eigentlich jemand, der mir erzählt, es sei alles alternativlos, was will der mir aufzwängen, dieses Gefühl für sich selbst zu entwickeln, was soll hier eigentlich gerade passieren? Und ist das gut für mich oder für meine Familie oder für mein Umfeld oder ist das nicht gut, was dabei rauskommt? Anstatt einfach, ohne zu hinterfragen, irgendwelche Kommandos anzunehmen und den Quatsch nachzubeten, der ihnen davor gebetet wird. Ich bin absolut beeindruckt von deinen Worten. Wenn du alternativlos sagst, was alternativlos ist, ist, dass deine Tochter tot ist. Wie schaffst du das? Wo holst du die Stärke her, so offen zu sein für all die Alternativen, wo du jetzt ein Vater bist, der mit einer Alternativlosigkeit konfrontiert ist? Wie gesagt, Almaris Lebensmotto war, aufgeben ist keine Option. Ich glaube, das ist mein fester Glaube, der mir dort auch hilft oder der uns auch hilft, meiner Frau und mir. Wir werden irgendwann Anmarie und Danny wieder begegnen. Und ich möchte nicht, dass die beiden dann vor mir stehen und sagen, Papa, warum hast du nichts getan? Sondern, dass sie sagen können, ich bin stolz auf dich, du hast gekämpft. Und du kämpfst tatsächlich und du übernimmst Verantwortung. Du hast das Wort Bonuskinder jetzt schon ein paar Mal gesagt. Du übernimmst da wieder Verantwortung. Kannst du kurz erklären, was du mit Bonuskindern meinst und in welcher Form du Verantwortung für sie übernimmst? Und auch da wieder, warum? Also die Stärke zu sagen, ich nehme jetzt das Alternativlose und schaffe Alternativen. Weil das ist das Schöne, was du machst. Du schaffst Alternativen. Ja, so alternativ ist es gar nicht und so freiwillig auch nicht. Unsere Bonuskinder sind einfach die Freunde, Mitschüler von Anmarie, die nicht wir es fordern oder das suchen, sondern die den Kontakt zu uns suchen. Sie kommen einmal die Woche hierher und je nachdem, wie es zeitlich ist, sitzen hier 5, 6, 18 Jugendliche und lassen uns an ihrem Leben teilhaben und wir verbringen für Nachmöglichkeit dann Nachmittagzeit, einmal die Woche miteinander, dass wir Spiele spielen, Minigolf spielen gehen oder irgendwas machen, gemeinsam machen und sie uns an ihrem Leben teilhaben lassen. Aber sie gehen auch mal zu Anmarie hinten ins Zimmer und setzen sich eine halbe Stunde dahin und denken an sie. Das sind so Dinge, wir sind dankbar, wir sind wirklich dankbar, dass sie uns daran teilhaben lassen. Natürlich ist es manchmal hart, gerade jetzt in der Zeit, jetzt haben sie alle einen Führerschein gemacht und man sitzt da und sagt, ja, das hätte Anmarie jetzt auch gemacht. Sie gehen jetzt ins Abiturjahr. Wenn sie dieses Jahr Abitur machen, dann werden wir auch sagen, Mensch, jetzt würde Anmarie auch hier stehen. Das sind Dinge, die hart sind, aber wir sind auch dankbar, dass die jungen Menschen uns daran teilhaben lassen wollen. Sie wollen, dass wir mitkommen und das bewegt uns und macht uns auch sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass die jungen Menschen uns da mitnehmen wollen. Das ist wirklich ein Geschenk, wofür man dankbar sein kann, weil du hast gerade vor ein paar Minuten beschrieben, dass es Menschen gibt, die nach Südfrankreich gehen, um sich dann dort Reichtum anzuschauen und zu bestaunen. Und Erfolg kann man bestaunen und das ist ein Gefühl, das nach außen geht, boah, das bestaune ich. Aber Mitgefühl ist etwas, das geht ganz tief in die eigene Seele rein und ich stelle fest, dass gerade in dem Moment, wo man verletzlich ist, es Menschen gibt, die damit nicht umgehen können und dass sich das Leben bei einigen Leuten sehr verändert und ich mache dann diesen Menschen gar keinen Vorwurf, die sich distanzieren, weil sie das Gefühl gar nicht an sich ranlassen können. Hast du das auch erlebt, dass in diesem Moment, wo die Trauer da war, auf einmal Bekannte, vielleicht sogar Freunde, stiller wurden, ja vielleicht sogar weg waren? Ja, in der Tat, wirklich, auch hier muss ich, auch wie gesagt, nicht verallgemeinernd, es ist auch sehr dezidiert. Wir haben einen wirklich fantastischen, tollen Freundeskreis, die gerade die ersten vier Wochen nach der Tat hier rund um die Uhr bei uns waren und immer mindestens zu zweit, meistens zu vier, teilweise bis zu 40 Leute, die hier im Haus waren, die in WhatsApp-Gruppen sich abgesprochen haben, die Urlaub genommen haben, die hier teilweise gewohnt haben, dass immer jemand da ist und die nachts nach uns geguckt haben, ob wir uns nicht die Pulsadern aufschneiden oder sonstiges, die für uns gekocht haben, die eingekauft haben, die hier gesessen haben, mit uns gesprochen haben, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht, das war eine unheimlich intensive, wirklich intensive Zeit und ich weiß auch niemals, wie ich diesen tollen Menschen, die uns so getragen haben, jemals irgendwie dafür danken soll, was die geleistet haben, auch für uns, das ist eigentlich gar nicht aufzuwägen. Ich habe aber auch erlebt, dass einer meiner engsten Freunde sich komplett zurückgezogen hat und wir bis heute, nach jetzt fast zwei Jahren, immer noch nicht ein einziges vernünftiges Gespräch geführt haben über Ann-Marie, über die Taten, was da eigentlich passiert ist. Wenn er sich mal meldet, dann ist es auch ein bisschen geplänkelt, ein bisschen hier und da und er erzählt von seiner Arbeit oder sowas, aber es ging nie darum. Ich weiß aber, dass er zwei- bis dreimal die Woche zu Ann-Marie auf dem Friedhof geht und sie dort besucht, aber er ist nicht in der Lage, mit mir darüber zu sprechen, auch nicht mit meiner Frau. Er ist nicht in der Lage, darüber zu kommunizieren, er will das auch nicht, er kann das auch nicht. Man lernt irgendwann, und das habe ich auch von den ganzen Eltern gelernt, mit denen ich in Kontakt stehe, ganz klar zu verifizieren, jeder trauert unterschiedlich und jeder auf seine Art. Es steht mir aber nicht zu, das zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Auch wenn ich das Anfang sehr, sehr verteufelt habe, heute sehe ich das anders und sage, ja, das ist seine Art zu trauern, damit kommt er klar. Das muss ich respektieren, genauso wie er die Art respektieren muss, wie ich oder andere trauern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr different und man muss jedem Menschen den Raum dazu geben, so zu trauern, wie er es für richtig hält und wie er damit klarkommt bis an sein Lebensende. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Warum wissen das so viele Politiker nicht, die dir und vielen anderen Eltern und Menschen, die geliebte Menschen verloren haben, trauern? Warum gibt es so viele Politiker, die denen sagen, wie sie auf keinen Fall zu trauern haben und was ein Fehler im Trauern sein soll, angeblich? Was wissen die nicht, was du weißt? Oder ist es tatsächlich, das Gefühl, es erlebt zu haben? Aber dann gilt wieder der Satz, mögen sie solche Erfahrungen niemals machen? Man kann ja nicht wünschen, dass sie solche Erfahrungen machen, damit sie endlich menschlich werden. Also, Gerd, auch hier die ganz klare, ganz klare, wieder verifizierend, daran zu unterscheiden, das, was wir erlebt haben, das wünsche ich. Dieser Spruch, das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht. Ich weiß heute, was das bedeutet und ich kann es nachvollziehen. Jeder von uns. Und ich glaube, du machst dich davon auch nicht frei. Wir haben natürlich alle auch schon mal irgendwo in den vergangenen Jahren einen Zeitungsartikel gelesen, wo draufsteht, 17-Jährige wurde ermordet. Dann siehst du daneben ein verpixeltes Bild mit einem schwarzen Balken. Du liest es, bist vielleicht ein, zwei Tage betroffen und denkst dir, Mensch, wie schrecklich die arme Familie. Aber du verdrängst es. Und das ist ja auch in der menschlichen Konstitution so angelegt, dass du gute Erinnerungen für dich behältst, an denen du dich wärmst und schlechte Erinnerungen ausblendest, alleine zum Eigenschutz für deine Seele und für dein Denken. Das ist normal. Der Punkt ist, wenn du plötzlich in so einen Horrorfilm reinkommst und du bist dort zwangsweise ungewollt Hauptdarsteller und merkst, dass du aus diesem Horrorfilm nicht mehr rauskommst, dann sieht diese Welt plötzlich ganz anders aus. Du kannst es nicht mehr verdrängen, weil es dein tägliches Brot ist und du musst täglich damit leiden. Dann ist es etwas anderes, als wenn du das irgendwo nur liest. Und das ist ja auch ein Punkt, deswegen haben wir es ja auch bewusst gemacht, dass es nicht heißt, eine 17-Jährige wurde ermordet, sondern diese 17-Jährige hatte einen Namen, sie hieß Anne-Marie. Und sie ist kein verpixeltes Bild mit einem schwarzen Balken über den Augen, sondern wir haben es auch bewusst gemacht und haben gesagt, schaut sie euch an. Das ist Anne-Marie, das ist mein Kind, das ist ein Mensch und kein verpixeltes Bild mit einem Balken. Wenn der Mensch selber verdrängt, kann man sagen, das ist ein Schutzmechanismus. Und wenn man selber merkt, mein Leben funktioniert nicht mehr, weil ich etwas verdränge, dann kann ich in Therapie gehen, ich kann mich damit auseinandersetzen und ich kann lernen, nicht mehr so aktiv oder unbewusst zu verdrängen. Was mache ich aber, wenn andere Menschen für mich verdrängen? Wenn ich merke, da sind Leute, die sorgen dafür, dass ich verdrängen muss, dass ich mich gar nicht erst damit auseinandersetzen kann, wenn wir zum Beispiel nicht darüber sprechen, dass wir bei solchen Fällen, wie du es erlebt hast, immer wieder das gleiche Täterprofil, das gleiche Täterwerkzeug, das gleiche Tatmotiv haben. Wenn andere Menschen aktiv für mich verdrängen, da kann ich nicht in Therapie gehen, weil ich nicht verdränge, wie gehe ich denn mit den Menschen um, die für mich verdrängen? Du, das ist die Frage, welche Motive sie haben, weswegen sie verdrängen wollen. Ist es zum Eigenschutz? Ist es dazu, um bestimmte Dinge zu bewirken? Ist es dazu, ein eigenes politisches oder berufliches Fortkommen zu sichern? Oder eine Agenda zu verfolgen? Ich glaube, da gibt es verschiedene Motivationsgründe, warum jemand so etwas tut. Wie gesagt, ich kann es nicht tun. Für mich ist es mein tägliches Brot. Ich muss damit jeden Tag klarkommen. Ich muss jeden Tag zusehen, dass ich die Motivation finde, überhaupt noch aufzustehen. Wenn ich im Auto unterwegs bin, man sieht einen Brückenpfeiler und überlegt, einmal jetzt zucken und es ist erledigt. Ich habe ja sowieso keine Perspektive mehr. Dann sieht das Leben anders aus. Du hast gerade beschrieben, was es alles für Dinge gibt, die du bei deinen Bonuskindern erlebst und wo du weißt, das wäre jetzt auch das Leben von Anne-Marie. Und dann stellst du dir vor, wie du sie siehst und wie du immer wieder sagen würdest, wie stolz du bist und wie grausam das ist, etwas Ähnliches von der Tochter nicht mehr zu hören. Aber ich kenne dich, ich habe oft gesagt, wie sehr ich das bewundere, was du machst und wie du damit umgehst. Und ich kenne deine Tochter über dich, wie du sie beschrieben hast und was so ihre Überzeugungen waren. Und deswegen weiß ich, wäre sie hier, sie würde dir auch sagen, wie unglaublich stolz sie ist auf das, was du gerade machst. Das weiß ich. Das hoffe ich. Michael, vielen Dank für dieses intensive Gespräch. Sehr gerne, Gerd. Vielen Dank.